Ich habe ein Weib und sieben kleine Kinder. So, dann muss dein Weib eben spinnen gehen. Und deine Kinderlein können sicherlich auch schon arbeiten. Sobald ein Kind laufen kann, kann es auch arbeiten, nicht? Papa, zu mir! Papa, Halt! Papa, rechts! Um! Papa, die Befehle ist durch Hände! Dieser Verräter hat meine Befehle missachtet und mich außerdem noch belogen und betrogen. Werft ihn ins Gefängnis und gibt ihm ein Jahr nicht zu retten, außer diese Zunge und diese Leber? Danach wird sich seine Strafe fest. Königin, Königin, hör mich! Bestraft lieber den bösen Kasper! Er allein hat Schuld daran, dass ich euren Befehl nicht ausführen konnte. Dich habe ich, den Kasper habe ich nicht. Der Hüfte und der Draht und der Welt herum. Königin, ich bringe euch den Kasper. Wenn ich ihn euch nicht in drei Tagen in die Hände liefern soll, könnt ihr mir den Kopf abschlagen lassen. Ha! Das könnte ich sowieso, du unthörlicher Jäger!